Jetzt tun wir mal was Verrücktes. Ich habe nämlich vorher in die Achievement-Liste reingeguckt, zumindest kurz überflogen beim Starten, und er fiel etwas ganz Besonderes mit dieser Tür. Tja. Nein. Es steht nämlich ein Achievement, und dieses Achievement heißt, drücke fünfmal auf Tür 430. Nur anscheinend ist unser Erzähler nicht ganz so damit einverstanden, das heißt, wir machen es einfach mal weiter. Nicht wundern, äh, ich klicke öfters, wie dieser Sound kommt. Na gut, ich kann es auch fünfzigmal da draufdrücken, ne? Ihr hört mich wahrscheinlich klicken. Also, wie schon gesagt, dieses Türgeräusch ist, äh, bisschen delayed. Es muss ein wahrer Reward für einen valianten Effort sein. Ich will ein bisschen Hustle, Stanley. Ich will ein Verständnis, eine Willenheit, um all den Weg zu gehen, egal was die Kosten ist. Warum nicht, du gehst und 20 Klicks in die Tür Nummer 417 setzen. Gut. Jetzt heißt es erstmal 417 finden. 424, 420, 419. 417, 417. Jawohl. Hoffentlich ist es das Ganze wert. Die war weiter vorne. Die habe ich schon aus dem Augenwinkel gesehen. Ich war nämlich hier. Ja, äh, ein bisschen Bürosport machen wir hier gerade. 415. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist ja gut. Ich fühle mich gerade wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Alles nur für ein Achievement, aber ich zeige euch, wie dieses Spiel hier gestrickt ist. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo letztes Mal mir das Spiel abgeschmiert ist. Naja, ist wie schon gesagt, Bürosport. Okay, now go climb on employee 419's desk. Äh, 419. Ja, wo zum Teufel ist denn 419? 418. Ah, 419. Ja, das ist großartig. Du setzt es alles auf die Linie, Stanley. Ich mag das. Okay, lasst es auf. Gib mir ein paar Klicks auf Door 416. Ich fühle mich wie so ein Trainer. Wir haben es fast getroffen. Jetzt die Kopie-Maschine. Mach das wieder. Ich mag auch... Also, äh, leider sind die deutschen Untertitel... Also, ich habe eigentlich gedacht, das Spiel wäre viel mehr auf Englisch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir haben es geschafft! Wow, das war unglaublich. Oh, du hast wirklich gewonnen, Stanley. Nichts kann dich zurückkommen. Ich bin sehr stolz auf, wie weit wir sind heute gekommen. Ein paar Minuten, Naja. Was warst du jetzt? Soviel zu dem Thema. Was haben wir denn hier? Hier im Programm. Ich kann das ausschalten. Awaiting. Moment. Input received. Was habe ich hier auszuschalten? Ja, aber ich hätte es gedacht, vielleicht muss ich den irgendwo anders noch ausschalten. Machen wir den auch noch aus. Input received. Läuft noch hier ein anderer? Nein. Schade. Das ist klar und hier auch irgendwas. Das folge ich irgendwann mal was anderes mal. Ich quatsch das einfach über den Tun. Wir tun jetzt mal das genaue Gegenteil, was er uns immer sagt. Wir gehen rechts. Ja, Pausenräume sehen auch immer wunderhübsch aus. Alles so blau. Ein wahnsinnig toll eingerichteter Raum. Wirklich. Da. Sogar mit nicht vorhandenem Tageslicht. Einen Raum, der so wirklich kraftvoll ist, dass, obwohl alle deine Co-Worker mysteriously verliebt haben, hier sitzend, an diese Schäden und ein paar Schilder. Einen Raum. Einen Raum. Aber definitiv. Ich verweile hier. Ich rechte mich hier häuslich ein. Ja, natürlich. Auf jeden Fall wird es unser Erzähler hier sehr unhöflich. Oder, sagen wir mal so. Ähm. Unpatient. Unpatient. Ja. Ich kann übrigens auf nichts klettern, wie auf den eigenen Schreibtisch. Und? Kommt da noch was? Warum funktionierst du Scheißmaschine wieder mehr nicht? Kaffee. Kaffee nut. Kaffee nut. Passiert hier noch was? Ich hab nicht die geringste Ahnung, ob hier noch was passiert. Ich hoffe hier eigentlich drauf, aber irgendwie sieht das nicht so aus. Gut, dann machen wir halt weiter. Ich laufe gerade aus. Stanley war so schlecht bei folgenden Direktionen. Es ist unglaublich, dass er nicht fünf Jahre alt war. Achtung. Bitte nicht lügen. Wenn Sie gerade lügen, stoppen Sie das. A4. Okay, wir gehen jetzt auf die Autobahn. Äh, what the fuck. Do not jump from the cargo lift while it is in motion. Will cause death. Penalty for... For... Misuse of cargo lift. $1,000. Penalty for jumping off the cargo lift. $5,000. Alter, was so ein Lager. Schumpen. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Jumpen. Wir jumpen. You can't jump. Hey. Hey. in jemanden kann es schwierig sein, aber die Geschichte ist, dass die Geschichte über nichts, aber du, all diese Zeit? Was, wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Hast du nichts für die anderen? Du bist so überzeugt, dass ich etwas Schlimmes zu tun habe? Warum? Ich weiß nicht, wie ich dich davon überzeugen habe, aber ich wirklich möchte dir helfen, um dir etwas Schönes zu zeigen. Lass mich das zeigen. Lass mich das zeigen, dass ich auf deinem Seite bin. Eigentlich ja nicht, aber wir brauchen eine Keykarte. Ich bin eine Keykarte. Warum kriege ich keine Keykarte? Aua. Achtung. Was? Gefahr. Gefahr überall. Du spinnst doch. Ach, na gut, ich muss hier ran. 2B1. Nein. Ein Raum. 2B3. Warning. Do not stand on this side on the fence. Alles klar. Ah. Oh. Ich bin farmblend. Aha. Vielleicht hast du dich verstanden. Stanley ging durch die roten Tür. Ich bin farmblend. Stanley ging durch die roten Tür. Aha. Aha. In einem Spiel? Ja. Okay. 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 Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road? You've chosen world. Don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map. Because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed, developed textures. Is this what you'd wanted? Was it worth ruining the entire story I'd written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help me elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark. And give me some feedback. There we go. A third option. This already feels a leap ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Man can do so much in this game. Okay. I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Wait, is this good or bad? I'm going to the golden middle. Oh, of course. A three. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion. You know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes. Hmm. Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. The standard parable. Worldwide leaderboard. Good or Neil is offline. 002, 004, 005. I have to lose. I have to lose. I have to lose. Do you know what he's doing? What the dark is. In this case... In this case, we will end up to the game. Das ist so, dass ich jetzt so gut bin. Okay... What the fuck? What the fuck? What the fuck? All right. I have to say that you have been playing for about four hours. So why don't you give it four hours of play to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. I have to say that you have to play for four hours. Because it's so hammer, if it's an achievement. Also, this baby is extremely doof. Krabbel doch nicht immer mit dem Feuer. Kann ich das jetzt wirklich für vier Stunden machen? Alter, das muss auf der Aufnahme so laut sein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da was kommt. Na gut, wir lassen es mal ins Feuer krabbeln. Hatschi! Hey, nicht so sarcastisch. Alter, ich bin so gespannt. What the fuck? What the fuck? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. I'm going to build a house. Alter! Ja, aber wie ist es denn? Ah! Let's see, what does it need? Ah, yes, of course. And just to finish it all off. Yes! Alter! Wieso? Please, I made me standing. Look at it. Gaze upon my work of art. And feel ashamed that your own inadmability. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please step inside and make yourself comfortable. Weißt du eigentlich, Mojang, davon? Eine Frage. What the fuck? Wir spielen uns ernst, wir kriegen uns ein angeleitetes Minecraft-Spielen. Oh mein, es sieht aus, wie es ein bisschen dark wird. Hast du ein Licht? Im Hintergrund ist noch so eine Fake-Minecraft-Musik. What the fuck? Ich komme leider nicht weiter nach oben. Was sind die Monster? Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Nein! Die haben nicht ernsthaft, Alter! What the fuck? Okay, jetzt bin ich interessiert. Let's go find out, what the hell this is. Die haben ernsthaft Portal? Meine Freunde, das solltet ihr gerade eingeschaltet haben und durchgesclipt haben. Wir spielen weder Minecraft noch Portal. Wir spielen das Stanley Parable. Das ist ein Puzzle. Kritische Gedanken, Stanley. Ihr Forte. Genie. Dürfen Sie das eigentlich einfach so kopieren? Nein, eigentlich, du wißt was. Ich glaube, das ist viel. Ich will wirklich nicht mehr, wenn du dich stimmst in all diesen Games. Und ich höre sehr. Ups. Peter. Äh, das war jetzt keine Absicht. Ich bin hier einfach runtergefallen. What the fuck? Okay. Wo bin ich jetzt gelandet? What the fuck? Alles pocht. Gehen wir in den Räumen entlang. Lang. Ich fühle mich so wahnsinnig eins. Ich werde gleich erschreckt. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Hier kommt gleich irgendwie ein Slender oder sowas. Ich habe echt das Gefühl. Da kommen wir her. What the fuck? Ohne Scheiß jetzt. What the fuck? Ich habe hier irgendwie einen, äh... Ah ja, die, die den, den narrator haben. 427. Oh, wie modern. 427. Oh, wie modern. Ich bin hier. 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 Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich habe selten solche Lachanfälle gekriegt, wie gerade eben. Und das will was heißen. Es ist für das. Ich bin hier.